Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video und zwar kommen wir zum letzten Turnier Highlights best of und zwar war es das Turnier von gestern, Cedric das Turnier und ich sag mal so, es war nicht die beste Leistung von mir, ich sag euch so wie es ist, aber da war auch so viel Pech mit dabei, ich kann es nur vorderein sagen, es ist halt viel passiert, manche Pfostentreffer, manche Chancenverwertungen waren nicht so optimal und was wir am Ende erreicht haben oder nicht, werdet ihr am Ende des Videos erfahren und ich würde mal sagen, bevor wir ins Video gehen, zeige ich euch erstmal kurz die Wundertüte von letztens, diese Food Freeze Wundertüte und was ich dann gezogen habe und dann würde ich mal sagen, seht ihr das Video gleich, würde mich halt gerne auch eine positive Bewertung freuen, wenn euch das Video gefallen hat, abonniert mich gerne an diesem Kanal und ich würde mal sagen, das war es mal vorerst das letzte Video, sogar in diesem Jahr, abonniert mich gerne an den zweiten Kanal, ist unten in der Videobeschreibung verlinkt, aber wenn alles gut läuft, kommt am 31.12. Best of vom Jahresutplex 2020 und dann sehen wir uns eventuell am 31.12. wieder, sonst geht das erst im nächsten Jahr wieder richtig weiter und somit würde ich mal sagen, und was ich mal sagen wollte, am 1. Januar sogar ein Nightstream auf Twitch, da kommt das Turnier bei Ninge, da machen wir dann auch mit, da kommt schon das also Turnier im neuen Jahr und dann würde ich mal sagen, viel Spaß mit dem Video, viel Spaß da! Alter! Rallye, ich finde wirklich eine geniale Idee mit dem Kinn. Nimm das. 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 Das ist ein Füß, okay? Rägen. Halt's Maul. Nimm das. Ah, es ist Hazard. Hust. Schau!" Hat im Hustviel? Die sind aufgi. Bis zum nächsten Mal. 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 Bye. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020